Was bestimmt Ihr Verhältnis zu Kurt Schumacher, dem ersten Nachkriegsvorsitzenden der SPD? Man kann das sehr schwer verhältnisch nennen. Wir waren Gegner. Und diese Gegnerschaft, die erwuchs, nicht allein aus entgegengesetzten Anschauungen, sondern sie erwuchs auch daraus, dass Herr Dr. Schumacher nicht einsehen konnte, und dass die Sozialdemokratie nicht die größte Partei geworden war. Ich erinnere mich noch, dass uns sie erst zusammengebracht hat, der spätere Ministerpräsident von Niedersachsen.